Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf Team Vailos Kanal. Ich bin Vibes, Owner von Team Vailo und heute zeige ich dir warum du Team Vailo beitreten solltest und wie du dir einen Platz in unserem Team sichern kannst. Da stellt sich doch zuerst die Frage, was ist Team Vailo und was können wir euch bieten? Wir sind zwar hauptsächlich ein Fortnite-Team, welches aber auch in Spielen wie Counter-Strike, Global Offensive und League of Legends vertreten ist und danach strebt seine hoch angesetzten Ziele zu verwirklichen, da wir in Zukunft zu den größten und erfolgreichsten Teams Deutschlands gehören wollen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, uns große Anerkennung in der Fortnite-Clan-Szenen zu verschaffen und somit mit euch groß zu werden. Wir sind ein aktives Team, welches sich auf professionellem Wege nach ganz oben arbeiten möchte und suchen somit Member, die kein toxisches Verhalten aufweisen und sich als Ziel vors Auge gesetzt haben, später im Competitive-Bereich etwas zu erreichen. Team Vailo bietet euch außerdem einige Partner, sowie eine Website mit eigenem Domain, eine professionell strukturierten Discord und selbstverständlich ein höfliches, reifes und kompetentes Team, das ebenfalls Potenzial besitzt und mit Engagement an die ganze Sache herangeht. Wir bieten dir mehr Reichweite für deine Social-Media-Kanäle, professionelle Designs in Form von Thumbnails, Avis, Banner, selbstpersonalisierte Profilbilder nach Wunsch und feste Partner wie Instant Gaming, MMOGA, Rock Energy und Gear 4 Gamers. Wir bieten euch außerdem eigene Cutter für eure Videos und ein für euch geschaffenes Introducing, was auf unserem Kanal den Zuschauern gegenüber repräsentiert wird. Wir veranstalten regelmäßige Series, Turniere mit oder ohne Preisgelder, um eine Inaktivitätsphase zu vermeiden und den Spaß am Spiel zu garantieren. Wir haben vor, in Zukunft auf eine Organisation umzusteigen, um unseren Spielern, Cuttern, Designern und Managern feste Verträge, ein personalisiertes Jersey und ein monatliches Gehalt anbieten zu können. Wie könnt ihr uns also nun beitreten? Um ein Mitglied unseres Teams zu werden, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit besteht darin und tritt nur in Kraft, wenn ihr die Anforderungen für eines unserer Teamunterteilungen erfüllt, welche wir nun in diesem Video einblenden werden. Ihr müsst das Bewerbungsformular, was in der Videobeschreibung aufzufinden ist, ausfüllen, wo ihr zum einen angeben müsst, für welche Teamunterteilung ihr euch bewerben wollt und unter anderem ein paar andere Informationen über euch. Die zweite Möglichkeit, die wir bevorzugen, besteht darin ein Bewerbungsvideo mit dem Hashtag www.veiluggsv2 auf eurem YouTube-Kanal hochzuladen, worauf ihr schnellstmöglich in einem Stream oder separaten Video reagieren könnt. Wichtig ist nur, dass ihr die Grundvoraussetzungen für die verschiedenen Teamunterteilungen erfüllt, die wir ebenfalls nun einblenden werden. Ihr bekommt in der Regel innerhalb von 72 Stunden eine Antwort von unseren Managern über unsere Business-Mail. Diese beinhaltet, ob eure Bewerbung angenommen oder abgelehnt wurde. Entscheidet ihr euch für das Bewerbungsvideo, sollte dies eine kurze persönliche Vorstellung über euch sowie Arena und Creative Clips beinhalten. Wichtig zu beachten ist, dass euer Video das Hashtag www.veiluggsv2 im Titel beinhaltet. Sendet dann bitte eure Bewerbungen auf unserem Discord in den Self-Promotion-Channel. Den Discord findet ihr natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Sonst seht ihr Informationen über uns, sind auf unserem Discord oder auf unserer Website www.veiluggsv2.uk aufzufinden. Wir würden uns über eine positive Bewertung im Kommentarfeld sowie über ein Like und ein Abo auf diesem Video freuen. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat und vergesst auf keinen Fall unseren Discord zu sehen. Wir stehen kurz vor den 1000 Discord-Membern und werden euch dafür sehr dankbar. Ich wünsche euch bei eurer Bewerbung viel Glück und Erfolg. Ich hoffe, dass dich unser Video überzeugt hat und wir dich schon bald in unserem Team willkommen heißen dürfen. Bis zum nächsten Video. Und ciao.